... und in die Straße Strada Stadt Hallegarde seiner Okzidentale fahren. In 400 Metern, links halten und in die Straße Strada Stadt Hallegarde seiner Okzidentale fahren. Links halten, dann in den Tunnel fahren. Der Straße Strada Stadt Hallegarde seiner Okzidentale folgen. ... 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Rechts halten, und in die Straße via Milanesa, fahren. In 100 Metern, links abbiegen, in die Straße via Caidobelo, dann in die nächste Straße links abbiegen. Rechts abbiegen, in die Straße via Caidobelo, dann in die zweite Straße rechts abbiegen. Rechts abbiegen, in die Straße via Caidobelo, dann rechts abbiegen. Ja, ich weiß noch nicht. Ich mag kurz Papier, ich muss noch mal schauen, wie es heißt. Albergo Bella Vista. Ich muss noch mal, das ist nicht gut, ich muss hier einfach noch mal berg runterfahren. Rechts abbiegen in die Straße via Caidogelo, dann rechts abbiegen. Ich habe einen knacky Roll. Die Straße überall. Ich kann mich auf, du bieber mit nachdenken. Alles, was ich hab, du bist, du bist. Ich hab mich- zu nemen, du bist. Ich habe mich gekauft. Ich bin sehr viel Diczen. Ich hab mich schon richtig geholfen. Vielen Dank.